Ja, mach ich mal Ansage, ne? Mach mal Ansage, ne? Hallo, wir sind Olazo und wir spielen heute topmoderne Spiele. Heute OpenHV, früher auch, wie hieß es noch gerade? Heart Vacuum. Heart Vacuum. Ja, und zwar implementiert auf der OpenHR Engine und kann entsprechend dann halt auch die gesamte Infrastruktur nutzen, nämlich halt den Server-Browser und Networking und den ganzen Kram. Und das wollen wir heute mal etwas spielen. Melde mir an, es ist blau, ich bin rot. Bei Fraktionen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie so richtig unterscheidet. Also, du bist YI und ich bin SC. Das kann nicht gut werden. Für was YI steht, weiß ich nicht. Ich behaupte einfach mal, ich bin die Synerty Corporation. So, und du bist nämlich... Warte. Bin du von Alien noch? Du bist die Yuruki Industries. Das hat nämlich wahrhaftig Sinn, was da steht. Er so? Ja, geh mal mit dem Mouse-Cursor über die Fraktion. Da gibt's einen Tooltip. Ach, nee. Ja, doch. Ich dachte, das hättest du jetzt gerade so aus den Fingern gesaugt. Nee, ganz so smart bin ich da nicht. Nicht aus dem Stand. Ja, ich bin aber eher so Team GDI und so. Kann da nicht so richtig filmen. Also, ich weiß nicht genau, wie der Background von dem Spiel selber ist. Also, ich hab's vor früher gar nicht... Ich glaub, es ist gar nicht rausgekommen, ne? So ist es. Also, wir spielen quasi die erste Version dieses Spiels, weil es über das Konzept in 1993 nie hinausgekommen ist. Es wurden zwar Grafiken erstellt und ein grobes Einheiten-Balancing, aber das war's. Und 1993 ist ja, wir erinnern uns, lange vor Command & Conquer. Ich glaub, ein Jahr vor Dune sogar noch, ne? 93? Ja. Command & Conquer ist 95 rausgekommen. Vielleicht, das ist nicht ganz meine Ecke, vielleicht zeitgleich mit Warcraft? Command & Conquer ist zeitgleich mit Warcraft. Ah, okay. Ja, dann, also... Ja. Also, wieder mal Open Source to the Rescue. Genau. Oh, mein Akku ist voll. Großartig. Ja. Dann klicke ich mal ganz geschwind auf den Start-Button. Hast du schon mal vorher gespielt? Ich hab das das letzte Mal gezockt, als es noch nur eine Fraktion gab. Und die AI für die Füße war. Also, das ist schon eine Ecke her. Ich habe es einmal gespielt, ja. Und dann wollte ich was dazu schreiben und dann hab ich's nicht getan. Also, ich hab jetzt im Vorfeld, wo wir uns verabredet haben, wir uns ein bisschen genauer angeguckt und, äh, ja, also eigentlich sehr frustrierend gegen den Computer verloren. Unbalanced AIs. Ist gegen Menschen bestimmt besser. Auf jeden Fall. Wir werden es herausfinden, denke ich. Und los geht's. Jawohl. Oh. War ich ready? Ja, dann... Ah, äh, ja. Gut. Ja. So. Es beginnt ja perfekt. Okay. Also du oben links, ich unten rechts. Genau, und tu rechts unten. Schön unkompliziert. Ja, da sind ja immer wichtig hier. Natürlich Strom. Ich wollte gerade sagen, also die Standards sind vertreten. Power Plant für Elektrizität. Ohne geht nicht. Obstruction options. Building. Building. Space training. Building ready. So. Der Computergegner, der hat ja mal ziemlich schnell Flugeinheiten geschickt und damit sehr genervt. Wir haben uns eben kurz Offscreen drüber unterhalten. Die Aufnahme, die ich eben testweise gemacht habe, um den Ton abzustimmen, lief auch nebenher einfach weiter und, ja, innerhalb von wenigen Sekunden flog irgendwie zwei Helikopters und zerschossen mich, geflissen dich. Ja, ja, ja. Das war gut für den Tontest, schlecht für mich. Strom hier. Cancel. 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 Building ready. Yes, sir. As you is. No power. Affirmative. Unit ready. I'm ready. Oh je. Wenn du denjenigen, die das später sich angucken werden, vielleicht nochmal drei Takte zum Ressourcen-Grabbeln sagen würdest. Das Ressourcen-Grabbeln, ja, ich hab's eher durch Zufall halt auch rausgefunden, weil es gibt ja auch keine richtige Anleitung dafür, das Spiel. Ja, ja. Man baut irgendwie Miner und dann hat man diese schönen, ich zeig da jetzt mal gerade drauf, äh, Underground Resource Deposits, die in unterschiedlichen Farben daherkommen, die, äh, very profitable sind oder halt normal. Miner quasi bauen, den da draufsetzen, mit der rechten Maustaste deployen und dann fährt ab und an da halt so ein Mining-Fahrzeug lang und sammelt das Geld ein. Cash quasi, die Cash Call. Ja, okay, gut. Also quasi, wenn man jetzt den Vergleich zieht zu CNC, baut man hier keine Raffinerie, die dann das Fahrzeug losschickt, sondern man schickt ein Fahrzeug hin zur Quelle und die schickt dann wiederum, da wird's deployed und da, äh, wird quasi ein Fahrzeug weggeschickt von. Genau. Auch wenn ich das gerade sehr kompliziert erklärt hab, ich hoffe es war einigermaßen. Alle Freunde von, äh, KKND werden sich erinnern. Absolut. Definitiv, ja. Äh, KKND, schönes Stichwort am Rand. Äh, gibt's ja auch für OpenRA, allerdings cheatet da die AI. Also die hat unendlich Geld, weil die noch nicht richtig programmiert ist und, ja. Ist auch auf der OpenRA-Engine aufgesetzt. Genau, genau. Sieht auch wirklich sehr gut aus, spielt sich auch recht gut, nur gegen die AI macht's halt überhaupt keinen Sinn. Weil, äh, die zerlegt sich, die ist innerhalb von Minuten, ist die dir über. No power. Cheatet die denn, oder ist die... Die hat einfach, äh, unlimitiertes Geld, die kann so viel bauen und produzieren, wie sie möchte. Das macht keinen Sinn, aber, äh, beziehungsweise spielt keine Rolle. Beim Spieler hingegen, doch. Ach. Also, wie gesagt, ich sag ja, man hat keinerlei Chancen. Ich musste mich auch erst mit der KI verbünden in dem Mod, ähm, um dann zu sehen, dass mein Verbündeter da baut wie ein Bescheuerter und ich halt überhaupt nicht hinterherkomme, egal wie sehr ich's versucht hab. Also, das hat die KI dann zugelassen, ja? Läuft. Nö. So, du strunzt schon bei mir irgendwie mit so einem, was ist das? Scout-Pot. Ja, natürlich, selbstverständlich. Der kurioserweise auch schneller ist, als die Einheiten, die ich jetzt gehabt hätte. Du hast Raketenwerfer, Hoshis. Mitunter. Ha. Das hat sich ausgescoutet. Weiß, was ich, äh, wissen musste. Insufficient funding. So. Yes, sir. On my way. Proceeding as an or. I'm ready. Light him up. Awaiting order. Ha. 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 Ne, 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 ne. Ja, ohne meine grandiose Taktik jetzt groß, äh, verdingsen zu wollen. Ich geh mal gucken. Ich schau mal rein, sagte irgendeine Einheit in Warcraft 3 in der deutschen Version. Was ich grafisch, äh, eigentlich ganz schick finde, ist halt, ähm, dass hier auf dieser Schneekarte auch der Schnee fällt. Definitiv. Das finde ich sehr, finde ich jetzt nicht so angenehm, dass du mich hier markieren tust. Ich hab ich einen, ich hab den nur blind da hochgeschickt, der Rest war Zufall. Jetzt gerade alle explodiert? Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Du hast einen angegriffen. Hm. Ha. Was kann man denn hier noch so bauen? Pff, keine Ahnung. Ja, du kannst dann natürlich Verteidigungsanlagen. Ich hab mich mal in so einem Turm versucht, aber irgendwie... Was ich sehr interessant finde, den Ansatz ist, du hast, ähm, diese Unit-Bilder, die dich in die Lage bringt, außerhalb deiner eigentlichen, deines eigentlichen Bauradius, ich klicke da gerade mal drauf, Bauradius, hier dieser Kreis, und mit den kleinen Bildern kann man quasi außerhalb des Bauradius an entfernten Ecken Sachen bauen. Das ist relativ cool. Nicht neu, aber cool. Genau, das habe ich gegen die KI genutzt, um, äh, halt in ihrem Flugweg, den sie halt immer genommen hat, da so ein paar, äh, AA-Guns aufzustellen. Eine Chance sonst. Insufficient? Äh. Siente. Äh, es mangelt an Geld? Ich habe gerade noch nicht so ganz raus, warum. Ich bin mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Oh, x. Strom. Wie in jedem RTS mangelte es an Strom. I'm ready. No power. Er im Sprachgebrauch gewesen. As you is. Wieder aus der IT. Alles entliegen. Der Cyberkrieger. Wenn du keinen Strom mehr hattest, und, äh, baust ein Kraftwerk, dann macht jetzt so ein Sicherungs-Reinklatsch-Geräusch. Das ist schön. Bin ich persönlich klasse. Bitte mehr davon. Der Cyberkrieg. Ähm. Energy Download Center. Der Cyberkrieg. Der Cyberkrieg. Der Cyberkrieg. Der Cyberkrieg. Der Cyberkrieg. Der Cyberkrieg. Äh. Irgendwas hat mein... Radar... Schirm gerade etwas erweitert, aber ich weiß nicht so genau was. Alter Junge. Boah. Was denn? Der gute... Ich dachte, wir machen hier eine ganz gemütliche Partie, und dann kommt der mit sowas an hier. Der gute alte Einheiten-Spam. Ich muss... Ich muss mir ein bisschen, äh, eine Lücke erkaufen. Dass ich hier... Ich muss mich jetzt auch erstmal mit den ganzen Einheiten, die es so gibt, beschäftigen. Bau jetzt alle. Einfach stumpf. Alles bauen. Gucken, was passiert. Was ich gerade nicht weiß, aber was definitiv interessant wäre, ähm, wenn man die verschiedenen Einheiten anklickt, dann blubbern die ja mit einem, also melden sich entsprechend ihrer Klassifizierung. Und für mich wäre jetzt interessant, äh, gab es das damals schon und ist übernommen worden, oder ist das jetzt quasi für OpenHV von irgendwem Spaßchen halber eingesprochen worden? Das kann ich nämlich absolut nicht einschätzen. Das klingt aber sehr professionell. Also, ich würde das jetzt eher in die Richtung, äh, professionelles Studio da einsortieren. Das klingt im Prinzip so, wie die Einheiten bei, bei Command & Conquer. Du, ja, absolut. So. Strom. Was hab ich denn noch nicht gebaut? Was macht ein Technologie-Download-Center? Man weiß es nicht. Das steht auch bestimmt dabei. Grants Access to Advanced Weaponry. Uh. Also, bei mir hat die KI auch, äh, in Minute 5 des Spiels auch direkt mal, wenn man eine Atombombe gebaut. Was eine sehr gut nachvollziehbare Taktik ist. Für so eine KI. Das ist die Gandhi-Taktik aus Sith. Kennst du den, kennst du den Grund, warum, warum der Gandhi da so, äh, abgegangen ist im Spiel? Ähm, ein Overflow oder sowas, ne? Ja, genau, genau. Also, er hatte irgendwie sehr friedliche, äh, KI-Punkte. Also, so, so Diplomatie-Punkte. Also, die waren dann, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal irgendwie von, von, von 0 bis 10. Und 10 war, 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 war quasi das, ähm, Kriegstreiberischte. Er hatte ja irgendwie was von 2 und dann ist er, wenn er in Demokratie gegangen ist, wurde der dann halt, äh, immer friedfertiger. Und ist er dann halt, äh, auf irgendeinen Minuswert gekommen. Also, so ein negativer Integer-Overflow und, äh, in dem Moment ist er mal gepflegt Amok gelaufen. In alle Richtungen. Er hat ein bisschen Anti-Gandhi-Politik betrieben. Bist du nicht billig? So nutze ich Atombomben. Ihr kennt es nicht. So, komm, da bauen wir auch alles jetzt. Einfach jetzt wird mal gebaut hier. Sag mal bitte, ich bin nicht der Einzige, der ständig in Blackout läuft. Das ist, glaub ich, das vierte Mal. Weil ich den Energieverbrauch von den ganzen Gebäuden überhaupt nicht einschätzen kann. Also, mein, ich hab auch hauptsächlich, meine Basis besteht hauptsächlich aus, äh, Kraftwerken. Aber das ist okay. Ah, okay. Keine Ahnung, alles raus damit. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen meiner Taten. Kurze Frage, kann das sein, dass das Storage auch genutzt werden kann, um da Ressourcen einzufahren, also hinzufahren, die dann auch ins, äh, war das? Dass es dann schneller geht? Ja, das wäre nämlich ziemlich cool, wenn man einfach so ein Storage dann neben eine entfernte Energiequelle ballert. In der Annahme, dass es geht, da kam eben so eine Zahl hoch. Was mich zu der Annahme verleidet hat. Wo greifst du mich an, was ist da los? Äh, ich hab noch mal ein bisschen gespickt hier. Mhm. Ich glaube, jetzt wird mir jetzt irgendwie Zeit für, äh, Kraftwerkspan. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen, irgendwie. Einfach mal so fünf Stück oder so und dann ist das auch wieder gut. So. Ja, die sind alle sehr klein, ne? Also das heißt, wenn man hier so bei Command & Conquer oder bei OpenRA allgemein so ein Panzer hat, da hat man ein Panzer. Mhm. Dann hat man halt so Mini-Fahrzeuge, die, die... Äh, wie findest du die, die Option, die neu hinzugekommene Option von, von der OpenRA-Engine, ähm, dass du jetzt stufenlos zoomen kannst. Also so neu ist sie gar nicht, aber das ist mega. Lange überflüssig. War ja, äh, lange Zeit immer so eine Sache, von Pixel-Doubling runter auf Normal-Screen und zurück. War ja so das Einzige, was ging. Und jetzt ist es einfach hier so ein bisschen stufenlos. Das ist schon nett. Äh, 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 äh. Der brennt. Näh. Das ist ja heftig. Das ist ja... Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Da geht das ganze, der ganze taktische Vorteil, der ist weg. Fackelt der jetzt wirklich gepflegt ab da oben? Äh, ja, der ist jetzt weg. Nett. Ich dachte, das wäre, äh, sicher. Aber es ist gar nicht sicher. Es ist einfach jetzt weg. Der, der, der. Moment, was ist denn das da oben in der Ecke? Ja. Hier, äh, dafür ist mir grad wieder meine Stromversorgung um die Ohren geflogen. Ich hab eben fünf... Ne, vier Kraftwerke gebaut. Schied dir irgendwie recht. Und dann ein neues Gebäude dazu und dann war wieder Ende Gelände. Du hast dieses Advanced-Dinges gebaut, ne? Äh, ich habe gebaut... Das ist das für ein Ding? Launch Command. Habe ich als letztes gebaut. Das ist wahrscheinlich die A-Bomb. Okay, A-Bomb. Ein Radar-Dome-Bonnen. Irgendwas hier muss ich dir ja entgegensetzen, ne? Naja, müssen ist ein sehr hartes Wort. Das ist ja eher so optional. Ähm... Halt rechen. Hast du mein... Du hast meine Bilder zerstört. Bin entsetzt. Dann hole ich mir halt neun. Sind die Ressourcen eigentlich irgendwann weg? Oder sind die einfach... Du, da kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die sind... Zählt nix runter. Die sind da. Zählt nix runter. Wer holt ihn? Äh, was haben wir denn hier noch? Warum kann ich den eigentlich nicht bauen? Ich würde gerne einen Scout-Balloon bauen. Aber der braucht einen Starport. Den hab ich scheinbar nicht. Äh, Starport? Strom. Doch. Buggy. Oh, nur zu 200 Strom. Ja, klar. Hm. Building. So. Building ready. Televader. Building. Hm. So. Da wart' er schon wieder. Building ready. Proceeding. Building ready. Building ready. Oh. Oh. Du hast, äh, irgendwas Artillerieisches. Okay, alles klar. Give the word. Steady as you go. Shift report. All third. You get lost. You get lost. You get lost. You get lost. Okay, alles klar. Okay. Da müsste ich vielleicht mal gegen konstruieren. Bedingt. Ja, ist auch super, dass er direkt durch meine Basis fahren. Hallo? Danke. Dann muss ich aber wieder aus Versehen was mitgeschickt haben, was ich nicht angreifen kann, weil eigentlich sind die mit Attack Move geschickt worden. Wenn, äh, die Einheiten kaputt sind, dann kann man Scrap einsammeln. Das ist wohl scheinbar Kohle. Ui! Vorsicht, Männers! Der Feind! Wo ist denn denn? Ja, du weißt doch, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Du mörderst aber ganz gut hin, du. So ist es. Das ist schon arg herzlos von dir. Okay, ist klar. Du bist nicht ganz schön ausgebreitet hier. Hier mal. Wie? Explosionen sind ja schon... Ja, da muss ich irgendjemand gut gütlich dran getan haben an der Animation. Quatsch. Äh, wie sieht das hier aus? Mit Einheiten? Ich brauche... Ich brauche irgendwas. Gib mir was, Spiel. Bau. Ist mir egal was. Ich sag mal meinen Einheiten hier, dass sie angreifen sollen und nicht sich verteidigen sollen standardmäßig. Bitte. Oha, oha. Was ist das für ein Buggy? Was macht der denn? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch eigentlich nur so dahin gebaut und schicke jetzt quasi alles, was ich so dahin gebaut habe, mal hoch in deine Richtung. Oha, Alter, dieses Laserboot ist ja wohl overpowered, ganz klar. Bedingt immer. Das habe ich, das Laserboot und die Artillerie habe ich relativ heftig in Erinnerung, auch von meinen Tests damals. Oh, der Builder, ja. Und den... Oha, was aus hier? Hä? Ne, der hat ein Schild. Ich war so frei, einen Schild zu errichten. Oder auf ihn anzuwenden. Gut, das hing auch damit zusammen, dass das meine letzte Einheit zu dem Zeitpunkt war. Ich bin gerade fasziniert davon, wie weit die Verteidigungsanlagen schießen. Das ist ja schon... Ah, ist das da oben? Sehr angenehm. Ja, du hast mein Bilder durchgelassen. Verteidigungsanlagen gebaut. Oh. Im Rückzug, ne? Du hast mein Bilder angegriffen. Das geht so nicht. Das sind ganz miese Methoden. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rede jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. An Geld mangelt es einem eigentlich nicht. Ne, ich habe auch Geld. Ja, also das... Ich habe zu wenig Silos. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Oh, eine Dualartillerie. Und der werde ich jetzt mal... Units ready? Starten. Was mir persönlich auch ganz... Ich bin ja gerade eben erstmalig in den Blick überhaupt gekommen. Ein Televator unter den Verteidigungsanlagen beamt eine Einheit von A zu einem anderen Televator. Also quasi... Kennst du noch das Untergrund-Tunnel-System von Command & Conquer Generals? Von der GLA. Daran erinnert mich das ganz spontan. Ja. Gab's doch auch bei Tiberian Sun. Ist das so? Ja, das war mega nervig. Da ist Not immer irgendwie auch durch den Boden. Da musstest du doch so Betonplatten bauen, damit Not nicht da durch konnte. Warum kann ich denn den eigentlich nicht bauen? Ich kann diverse Dinge nicht bauen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit ohne Heavy Factory gespielt. Das erklärt einiges. Faszinierend. Wie? Ja, so eine Heavy Artillery. A-A-Artillerie? Ich will mit dieser Entwicklung nicht einsteigen. Oh, jetzt so mit deinem Boot wieder, ne? Boah. Das ist ja wohl... Das ist ja abartig. Ich hatte mal einen Klassenkameraden früher in der Beirut. Der schrie immer Imba. Das, äh, ja. Der wäre hier jetzt gut aufgehoben gerade. Oh, no power. No power. Oh, der schießt aber weit. Wer denn? Was denn? War das der Hafen? Ja. Ich seh den noch nicht mal. Vielleicht soll ich auch Verteidigung mitschicken. Nein, 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 das ist okay so, wie du das machst. Besteht kein Bedarf an Verteidigung. Manu, aus der Ferne. Jetzt habe ich, ich glaube, diese Heavy Factory gebaut und darf direkt nochmal zwei Kraftwerke in der Herd nennen, weil ich schon wieder auf Null runter bin. Auf Minus 10. Ach, da steht Strom, ne? Da rechts, ja. So. Düster, sieht man. Ich nehme mich natürlich gleich platt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du die irgendwo... Stru... Units routing ready. Schießt denn da? Mein Master Sergeant Powerboot. Sieht auch eher aus wie, äh, Schwimmringe. Ja, das stimmt, allerdings. So, jetzt haben wir genug hier gespielt. Ich muss, ich brauche einen neuen Hafen, fährt mir da gerade ein und auf. Nee, 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 nee. Sonst, äh... Äh, wo baue ich den denn mal hin? Achso, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Ich muss ihn finden. Hier musst du jetzt nur noch durchhalten, bis, äh... Ich glaube, so mega... Ist die so heftig? Die, die... Alles recht nah zusammengebaut, ne? Wie? Mein Türmchen! Äh... Hab... Hab... Have another one. Das ist auch ein bisschen unbalanciert, ne? Natürlich! Den Turm macht er mit drei Schüssel weg, aber halt dein Mini-Hoshi, da braucht er auch zwei Schüsse für. Ja gut, das ist vielleicht noch so die Vorstufe vom Scherestein, äh... Papier. Hoshi-Generator. Tja, wenn ich jetzt noch Strom hätte in den letzten vier Sekunden. Ich baue einfach mal. So, jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht, womit tue ich dir richtig weh? Ich versuch's mal... Da. Sehe ich, wo sie einschlägt, oder höre ich's nur rumsen? Units ready? Ich sehe nix. Es ist verdächtig still. Ah, ich seh's. Oi! Okay, die... Oi! Die ist, äh... Ja, da... Da müsste man eventuell auch noch mal ein bisschen nachjustieren, glaube ich. Also dies hier... Ja, aber Atombombe ist Atombombe, ne? Die... Müsst dann vielleicht ein bisschen länger... ...laufen, oder so. Ne, 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 da jetzt nicht, komm. Komm, macht sie alle platt. Aber die Gebäude sind tatsächlich echt extrem schnell hinüber. Ja, bom, bom, bom. Ja, dafür, dass es, äh... Ja, das stimmt. Ich mein, ich, diese, diese kleinen, die ich da jetzt hingestellt habe, diese Scout-Pods, das sind mit die schwächsten Einheiten im Spiel. Ja, also gegen die KI hatte ich das halt auch festgestellt. Die Panzer... ...lohnen sich gegen die KI nicht so richtig, weil der kommt eh mit den kleinen Einheiten immer an, und, äh, das so kaum Chance. So, da hast du mich mit der Superwaffe genutzt. Das ist, äh, tut mir leid. Wenn du möchtest, äh, können wir die nächste Runde, weil du warst ja, äh, taktisch warst du mir ja durchaus überlegen. Wenn du möchtest, machen wir noch eine Runde und lassen das einfach weg. So, ährehalber. Ach, Quatsch. War nur ein Angebot. Ja, gehört zum Spiel dazu. Ne, ich fand, ich war mit dem Effekt jetzt, äh, das war schon heftig. Also, das... Die hatte schon gut Wumms. Aber gut, vielleicht ist das ja auch irgendwo so ein bisschen dieses Stilmittel mit dabei, äh... Ist bei, äh, Command & Conqueror ja letztendlich auch so. Sobald du die Superwaffe hast, äh, geht es eigentlich nur noch darum, dass du möglichst schnell den... ...dieser dann halt ausschaltest, ne? Wo sind sie hin? Ja, äh, du hast wieder Strom gekriegt. Du warst plötzlich wieder... Das hat gereicht, oder? Ja. Deine Verteidigung sprang wieder an. Och. Ich wollte nicht mal draufklicken, so schnell sind die notiert. Ja, das ist schon... Ich meine jetzt, auch diese Flugeinheiten, also das ist ja schon echt... Für eine Verteidigungsanlage ist das schon... ...arg heftig. Ach, da sind ja auch noch... Äh... Ja, irgendwie ein paar, äh... Ja, das... Boah. Und die Einheiten sind nicht mal mega teuer, diese Flugdinger. Ja, Runde 1. Sehr gut. Äh, Fazit bis hierhin schon mal, Zwischenfazit. Vollständiges Spiel, ne? Doch, ja. Also ich hatte jetzt auch mit mehr Alpha-Stadium gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Abstürze... Gut, es ist... Wir haben festgestellt, es ist nicht so super balanciert. Noch nicht, aber prinzipiell. Zu viele Karten, ne? Kann ich dich zu einem Spiel kooperativ gegen die KI einladen? Ja, das können wir auch machen. Ja. Weil, wie gesagt, mein letzter Kampf gegen die KI war auch... War relativ monoton, weil sie einfach nur... Sie war... Die hat nur gebaut. Die hat sonst nichts gemacht. Ähm... Bei Tester-Is, oder? Ja, klar. Dann müsstest du mal im Spiel... Sehr gut. Verzeihung. Dann bin ich natürlich auch ihmchen. Äh, ne. Hat das eigentlich jetzt irgendeinen Unterschied gemacht? Gerade so von den Factions her? Ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass... Ich glaub nicht, ne. Ne. Ich glaub, das ist so ein Platzhalter-Ding. Da kommt bestimmt noch was, aber jetzt aktuell ist das alles gleich. Sie sahen ja zumindest anders aus, oder? Hm? War das so? Die größeren sahen doch jetzt ein bisschen anders aus, finde ich. Ist ja jetzt aber auch gar nicht so drauf geachtet. Dann versuchen wir uns mal, ne? Jawohl. A und... D. Die sind oben, die sind unten. Wie geht's? Loading. Äh, ich als Client kann vielleicht zwischendurch auch sagen, sofern das von Interesse ist, was ich doch sehr hoffe. Also, ähm... Ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie Desync oder irgendwas zwischendurch da rumjodelt. Also... Da war ja, ähm... Open Air auch eigentlich nie richtig anfällig für, ne? Ja, das stimmt. Ja, so. Deodin. Äh... Vielleicht sollte ich nicht mit den Bildern anfangen. Vielleicht sollte ich wahrhaftig den Miner nehmen. Warst du damals, äh, mit in Berlin auf dem Linux-Tag, als wir mal so, äh, naiv wie wir waren, irgendwelche Leute angesprochen haben, ob sie mit uns zur Runde Open Air R.A. spielen? Ähm... Ich war auf dem Linux-Tag mit, wo diejenigen, die gespielt haben, gewonnen haben. Yes sir. Ja. Das waren nicht wir. Nee, das war, äh... Doch, also, die Holasi haben gewonnen. Wer hat denn damals gespielt? Oder haben wir... Ja, also, Retro war noch dabei und dann haben wir so ein paar, ähm, jüngere. Ja. Das haben wir gespielt. Das Spiel irgendwie, wir sagten, sie kennten das auch gar nicht und sie müssen das ja gut kennenlernen und haben uns dann mega platt gemacht. Ich glaube, die haben uns angelogen. Ich glaube auch. Groß, insgeheim. Ja, Linux-Tag Berlin. War eine schöne Institution. Hat's dann nicht mehr gegeben. War... Schade eigentlich. Bedauere ich ein wenig. Durchaus, durchaus, durchaus. 13 war ja, 13 war ich mit. Auch richtig Fates gehabt. 14 konnte ich nicht oder war 14 schon Ende? Ja. 14 war, glaube ich, noch mal. Aber danach war irgendwann halt relativ bald Ende. Ich hätte mal wieder keinen Strom, wie's dir das gehört. Äh, die KI hätte ja unten direkt mal einen Mining Tower schon gebaut. Okay. Da muss ich wohl mal einen Vertrags-Tag hinbauen hier. Mal kurz intervenieren. Plonk. Plonk. Building ready. Building ready. Unit ready. Insufficient funding. Ui. Insufficient funds. Insufficient funding. Units ready. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass ich mich ver-knie-skandelt hab. Finanziell. Oha. Ah, Flug-Einheiten. Das hat sie gesagt, ne? Das hat sie gesagt, ne? Yep. Ah. Ah. Yes, sir. Unit ready. Let's go. Move out. Ignore it. As you wish. And root. Okay. Building ready. Then move it on my way. Okay. Okay. You dürft den auch angreifen, ihr müsst nicht nur hinter dem herfliegen. Oha, der hat jetzt... Ei, 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 ei. Hm? Das meine ich, guck dir das an. Ach, du hast auch schon Beef hier, ja? Mhm. Ja, ja, so ein bisschen. War nicht schön. Boah. Nein. Natürlich. Kein Strom mehr da. Also die KI ist nun mal ein ganz anderes Spiel. Also das ist ja... Ja, ich hab... Tuck, Helikopter in der... Ja, 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 absolut. Da kommt er schon wieder angeschissen. Ach, die können den gar nicht angreifen, ey. Aaaaaah. Ich bin ein Fluchvieh. Äh. Nein. Nein. Insufficient Funding. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst... Was? Ach, du lieber Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst irgendwie verteidige sich gerade von allen Seiten an. Vielleicht hätten wir direkt erst mal nur einen nehmen sollen. Vielleicht zwei. Vom Nachgang. Äh, oi. Du bist ready? Ja, aber wir machen das ja auch dafür, dass andere Leute das nicht machen müssen. Genau. Aus unseren Fehlern kann man lernen. Dafür sind wir da. Aber diese Verteidigungsanlagen sind... Eher eine... Nette Ergänzung. Ja, das ist... Also, die halten nichts auf. Ja. Da passiert nicht so wirklich viel. Da, die Atombombe. Neun Minuten haben wir noch. Bis hier wie bescheid am verteidigen. Und ja, übrigens ist das Spiel geht noch neun Minuten lang gewöhnlich dran. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, kann ich in deinem Baubereich bauen? Ja, kann ich. Ja, die hat ja diese dicken Panschies. Also, ja. Ja, ziehen wir durch, oder? Lost. Geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Never give up, never surrender. Lost. Weißt ja, wie das ist mit der KI, ne? Wenn sie irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, dann weiß sie ja auch, wer ihr geholfen hat und wer dagegen gearbeitet hat. Und, äh, sie sollen wissen, dass mit uns kein, äh, Spaß ist. So sieht das aus. Boah. Ne, das ist halt echt diese, diese Banschies, ne? Und, äh, eine oder zwei. Und sonst nichts. Wo war denn jetzt hier noch das Mann, die... Also ich hab auch nichts mehr zum... Ich hab halt nichts. Ich kann nichts mehr bauen, also mein Spiel ist vorbei. Da geht nichts mehr. Kann ich dir ein paar Rocket Pots rüberschicken? Ja, aber wozu? Mach halt! Ja, klar! Ich werde dir etwas Wasser trinken, weil Wasser gesund ist. Kann ich dir eigentlich Ressourcen schicken, irgendwie? Ja, der Star-Port, den brauch ich. Aber warum kann ich den nicht bauen? Ah, den Raider-Dome, ja, den hat er mir schon zerlegt. Boah! Jetzt stürzt er aber richtig an. Vor allem lässt er dich gerade in Ruhe und kommt zu zweit auf mich eingeschossen? Das ist ja fies. Der Grüne macht dich gerade... Ja, der Braune... Ach nee, das sind deine Jungs jetzt, ne? Ah! Jaja, das bin ich. Schießen Rocket Pots in die Luft? Hast du das beobachtet? Was denn? Rocket Pots? Schießen die in die Luft? Ja, die können in die Luft schießen. Oh, charmant. Okay, dann werde ich da gleich mal ein bisschen... Aber den hat er nämlich auch gleich direkt zurückgezogen, den Benji. Und er merkt hat, wird nix. Ah! Ja, du hast ein AA-Turret bei mir gebaut. Ja, ich war so frei. Das heißt, ich werde fort existieren, auch wenn meine Barsness schon lange Geschichte da ist. Wobei ich annehme, das letztes Gebäude heißt Tod, ne? Ja, und das wird bei mir auch... ...der Pferde dir auch relativ bald folgen. Ja, man kann ja mit AWSD nicht scrollen. Das ist tragisch. Aber jetzt, ich schau mir das mal an bei dir... Ja, aber den Cursor tasten kannst du. Jaja, Cursor tasten, ja. Wie er auch süffisant an deinem Mining Tower einfach vorbeifährt, weil er weiß, dass das keine Gefahr darstellt, ne? Frech. Und warum zieht er sich jetzt zurück? Damit er andere... Ah, verstehe, verstehe. Ja, ist die Frage, sind die verbündet? Haben wir das gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann ist klar, warum er sich zurückzieht. Ich hab die doch beide ins gleiche Team getan. Also ich sag mal so, wir müssen Banshees bauen. Die fetzen alles weg hier, ne? Die sind schon echt... So, ich baue jetzt hier einen Radar-Dome und dann baue ich jetzt einen Starport. Ja, ich bitte darum. Und dann ist vorbei hier mit lustig. Ich kann jetzt nämlich noch hier Aufklärungspanzer bauen. Hau rein. Auch nicht mehr. Du rupst das noch. Ich mach das einfach so, wenn die Gebäude zusammenschürzen, lass ich sie auf die Gegner fallen. Ja. Der Radar-Dome hingegen hält angenehm lange. Also länger als... Ein Kraftwerk. Ein Kraftwerk. Vor allem länger als der Verteidigungsturm. Und? Ah. Victorios. Ja. Da hast du gesehen, wie verschwenderisch... Wir haben ihn quasi in den Ruin getrieben. Er musste Atombomben bauen, er konnte sie nicht nutzen. Ich hab, dummerweise, obwohl ich die ganze Karte gesehen hab, nachdem mein Geschütz weg war, hab ich nicht die Zeit genutzt, um mir die Basis anzusehen. Da hab ich ein bisschen gepennt. Ja, er sieht kompakt und AI-geschützt aus. Aber er hat sich nicht so richtig ausgebreitet. In seinem Umfeld geblieben. Der andere auch. Underground-Resource. Ja, äh... Nur eine gegen die KI, aber dann halt die auch untereinander? Hm... Ja, entweder das, oder halt nur einen gegen uns zwei. Das überlasse ich dir. Wie ist beliebt. Ich bin da völlig offen. Nur halt den Schwierigkeitsgrad für uns etwas aneben. Ich zeune dem Spiel. Ah, sehr gut. Und da bin ich. Äh, was haben wir noch für... Tombrader heißt die Karte, sehr gut. Was haben wir noch für Karten? Haben wir noch. Äh... Wir haben Businesses Usual. Usual. G2. Ice River mit 3. Tombrader mit 4. Und Mount Brosnan mit 6. Mhm. Also wir sollen nochmal eine andere Karte nehmen. Ja. Einfach auch zum... Das wollen wir mal zeigen. Da haben wir auch alle Karten gezeigt. Geil. Ja, außer die zwei aber mein Gott. So, Faction ist mir grad mal egal. Team 1, bitte. Spawn ist mir eigentlich auch wumpy. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und du kriegst T da unten. Jawohl. So machen wir das. Mount Brosnan. Hast du ihn eingerosat? Ja. Sehr gut. Und... Signalfarbe. Es ist grün zu grün. Direkt 2. Building ready. New construction. Was ich ganz angenehm finde, ist, dass relativ klar ist, was man bauen muss, so. Was? Es gibt auch so einige Spiele, da muss man das halt erst lernen. Mhm. Unnötig. Ja, nö. Das ist eigentlich relativ... Ja, so gegen... Im Late Game, in Anführungszeichen. Wenn dann so... Einheiten dabei kommt, deren Funktion nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die man vielleicht auch in dem Sinne aus den klassischen anderen Spielen jetzt nicht oder noch nicht kennt. Ja, aber prinzipiell... Das ist letztendlich immer, ne. Aber halt, dass... Dass man erstmal so ins Spiel reinkommt und... Und... Das ist... Also, wo ich tatsächlich ein bisschen gebraucht habe, ist, äh... Auszufinden, wenn man die Mine einsetzt, dass man sich halt auf diese Ressourcen draufsetzen muss. Ort muss. Option ist, wo man sich das freuen muss. Unit ready. Unit ready. Building ready. Building ready. Aber direkt mit, äh... Flugeinheiten, ne? Äh, hinskillen meinste? Oder steht er bei dir schon vor der Tür? Ne, das noch nicht, aber das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Schön mit dem Miner einfach mal ein bisschen rum erkunden. Die sind irgendwie schneller als die Scouts, ne? Jaja, genau. Was ja eigentlich total untypisch ist für einen Miner, aber naja. Wer bin ich mich an der Stelle zu beschweren? So... Ich glaube, Defense würde ich wahrhaftig diesmal einfach gar nicht... Nee, einfach nö. Obtsache Einheiten. Ja, ich denke auch. Äh... Äh... Ja, du suchst auch grad Ressourcen. Sehr gut. Äh... Einer sieht so ein bisschen aus wie diese... Käfer. Wie diese was? Käfer! Die sehen so Käfer-mäßig aus irgendwie. Okay. Hm, warum klappt das denn jetzt nicht? In the... Da kann ich mich nicht draufhängen, ne? Gut. Ich müsste mich mal um was anderes kümmern. Da kommt er schon, ne? Da kommt er schon, da kommt er schon, ja. Ich bin. Schuss. Ich bin. Ja. Ich bin. Ah, ich sehe gerade, ich habe hier so einen Harvester quasi angeklickt. Den kannst du halt in die Mainbase schicken, aber auch in den Storage. Ich versuche gerade verzweifelt... Das heißt, du kannst den in den Storage quasi... Ich versuche gerade verzweifelt eine Storage irgendwie in die Mitte zu kriegen, in der Hoffnung, dass dann der Geldfluss etwas reger ist. Ja, das sollte sein. Unit ready. Insufficient funding. Yes, affirmation. Okay, acknowledge. I'm ready. Acknowledged. Receiving. Yes, sir. Der kommt schon mit Banshees. Boah. Die Taktik hat er drauf, definitiv. Und er hat auch schon eine Atombombe. Ja, das Späßchen werden wir spätestens wenn wir Benjis haben ganz schnell austräumen. Ein Optimismus. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe mir eben ein bisschen, äh, angekitzelt bei mir. Sacknaht. So. Ich habe natürlich auch meinen Bilder gerissen. Den hätte ich noch gebraucht. Vielen Dank an der Stelle. Die sind noch gar nicht so günstig, sehe ich gerade. Frech. Matt. Wenn du in dimensionsen und gebraucht hast. Ähm. Unit ready. Ja, Sir. Da kommt wieder was angeflogen. Ha! Es wacht nicht lang gesehen. Achso, da sind deine Orte. Ich halte deine Einheiten immer noch regelmäßig für die des Geekners. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was bist du denn? Was bist du? So, wie viele Minuten haben wir noch? Drei Viertel. Du wirst angegriffen. Alter, ey! Eine Banshee einfach an deiner Verteidigung vorbeigeschissen. Der hat vor allem die Verteidigung angegriffen. Und sie einfach blöd gemacht. Ich. Wie habe ich keine Einheit dabei, die gegen Luft-Einheiten geht? Das ist ja bitter. Ich müsste mal irgendwas bauen. Das geht so nicht weiter. Rocket-Port. Komm, mach mal je 10. Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Du kannst dich echt nur da hinstellen und die ganze Zeit anti-airbauen. Dann kommst du vielleicht durch gegen die KI. Krass. Ja, und dann kommt die Atombombe. Ja. schon mal so ein bisschen. Bist du auch am Benji-Bahn? Ich baue jetzt einfach mal straight ein paar tausend. Und ich glaube, ich nehme mir eine AA-Turret auf Halde. Und immer wenn er irgendwo angeschissen kommt, kriege ich da eine vom Kopf gelatzt. Dann baue ich da einfach ein AA-Turret. Das geht am schnellsten. Altbekannte Taktik. Den Scout-Balloon konnte ich eben nicht bauen. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Das muss ich jetzt noch mal suchen. Ich habe den Beschuss gehört, aber ich sehe ihn nicht. Den Schuss nicht gehört. Das ist das, was wir gebrauchen könnten. Absolut. Also jetzt greift er an, oder was? Wo ist er denn? Unten. Aua. Ach doch nicht. Ach doch nicht. Uiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Ich war so frei, den Angriff abzuwehren. Wie entschied denn? Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Ich hab mal... Ich hab nur einen Gunship und einen Speeder. Ich hab jetzt so einen Download-Center gebaut. Okay. Yes, sir. Hey, äh, guck mal. In Conquer kannst du später ja noch größere Kraftwerke bauen. Die brauchst du dann ja auch noch, aber hier geht das scheinbar nicht. Nee, ich hatte auch irgendwie... Ich guck mich die ganze Zeit unten noch irgendeine Upgrade-Funktion oder was, aber... Mich deucht, das geht nicht. Affirmative. Affirmative. So. Zwei Minuten noch bis zur Atombombe. Yes, sir. Äh, ich sammle jetzt einfach mal da so mittig bei dir die ganzen Benjis, die es da so gibt, die bei mir so rauspurzeln. Und ich würde sagen, kurz vor Ablauf des Counters flieg ich einfach mal dahin und guck mal, wie er darauf reagiert. Ich hab mir, äh, oben in der Ecke noch ein Bild dahingestellt, den... Yes, sir. Affirmative. ...verlebt, so. Affirmative. 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 So. Mit fünf Stück mal eben alles zerlegen. Jaja, das ist schon, wie gesagt, das ist relativ heftig. Und deswegen, ich mach mir fast keine Gedanken wegen der Atombombe, weil da werde ich einfach gepflegt hinfliegen und das Ding ausschalten. So, ich hab jetzt einen Kraftfeld-Generator gebaut, der scheint aufladen zu müssen. Das ist relativ, das ist die eiserne, äh, der eiserne Vorhang. Ist ganz cool. Affirmative. Achso, der kann Einheiten, äh, unverwundbar machen, oder was? Äh, ich glaub nicht unverwundbar, aber er gibt ihm so ein, äh, Power-Up, was den unglaublich viel in der Lebenskraft gibt. Das war der Bilder, den du eben nicht killen konntest, als du mich angegriffen hast. Achso, achso, achso. Jetzt muss ich natürlich diese Atombombe erst mal finden. Achso, achso. Affirmative. Äh, Starport? Achso, achso. Bei Starports. Wann mit? Welche Sekunden hast du denn noch? Starports hat der denn? Ah, ich wollt grad sagen, ich glaub Strom klauen funktioniert nicht, aber es funktionierte dann doch. Also, jetzt hab ich unendlich viele Sekunden im Moment. Affirmative. Aber ich frage mich, wo... Affirmative. Ich weiß das nicht. Komm, ich glaub das Ding ist auch entschieden, ne? Also, da hat er jetzt das... Der hat so diese eine Taktik, Benjis, und wenn die nicht... ...befruchtet... ...gehen die Lichter aus. Das ist schon relativ deutlich. Äh, ist ja auch eine Test-AI, ne? Ja. Ja. Wir haben jetzt halt... ...für drei Vorsicht gebraucht, um ihn... Ah, das war's. Das war's. Atombombe. Affirmative. 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 Jetzt hier... Attack-Move. Viel Spaß. Lass ich die mal alleine. Können die noch ein bisschen mit sich selbst spielen. Affirmative. Affirmative. Ja, du hast ja auch so ein paar Manikitten. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir rubbeln da jetzt einfach mal rein. Weil viel mehr dürfte da nicht mehr kommen, ne? Was meinst du? Ah, jetzt habe ich hier welche Frostfield-mäßig. Klar gemacht. Ein jetzt hier. Affirmative. 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 Das Frostfield lädt die Energie immer wieder auf. Aber das ist auch keine Waffe, die man im Finale einsetzen kann. Okay. Affirmative. Also du meinst, sie verfehlt die Wirkung, oder? Die erste. Kannst du eigentlich Benjis bauen? Ich finde die nicht. Unter Flugeinheiten? Das mittige in der ersten Reihe. Da habe ich nichts mittiges. Was ist denn das? Oh. Er hat zwei Kenchis hochgeschickt. Der gesamten... Er hat wahrhaftig wieder eine Atombombe gebaut, das ist aber optimistisch gewesen. Abfangjäger, ein Schuss und der Benchy ist platt. Ja, Abfangjäger, hier fliegt doch irgendwas rum von dir. Ja, das ist mein Abfangjäger. Ich weiß nicht, warum ich den Benchy da nicht bauen kann. Naja. Unit lost. Ja! So liebe KI, wenn geht dran, sei immer nett und tut das, was wir wollen. Passiert genau das. Nicht mit mir, nicht mit Commander. Jetzt müssen hier noch irgendwo... ähm... Gebäude stehen. Ich glaube nicht, dass das was mit dem... Ich scoute mal. Ich scoute mal. Ich denke mal, der wird noch x Mining Tower haben irgendwo. Oh das. Den wir gleich haben. Nuller. Affirmative. Jupp. Hervorragend. Sehr gut. Wir haben sogar Punkte gesammelt. Inwiefern? 1.233 und der INO 427. Ha, lächerlich. Mehr als ich. Okay. Okay. Connection failed. Ah, du hast zugemacht. Ja. Hervorragend. Definitiv. Ja, lässt sich mal wieder zeigen, dass man auch mit dem älteren Spiel halt sehr unterhaltsame Multiplayer-Matches haben kann. Durchaus. Und vor allem halt auch mit einem noch nicht ganz fertigen Spiel. Man muss sich halt auf die Unfertigkeiten einlassen. Aber wenn man das tut, gerade gegen menschliche Mitspieler, ist es eigentlich wirklich unterhaltsam. Ja. Man muss halt akzeptieren, dass man nach einer Atombombe im Graben liegt und dass Banshees ein bisschen imber sind. Ja genau, so gegen Atombomben. Geistig gegen Wappner, ne. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, weil sich das für mich nicht angeboten hat. Kann man das Haupthaus wieder aufbauen, die Mainbase? Also ich konnte da nichts mehr bauen. Ich hatte deswegen diesen einen Bilder da zur Seite geschickt und hatte da die Hoffnung, dass wenn er mit der Atombombe mein Hauptgebäude zerstört, dass ich damit dann wieder was bauen kann. Hat sich nicht überhalten. Ausprobiert, ne. Ne, weiß ich nicht. Das kam ja nicht dazu. Du hast ihm ja dann die Möglichkeit genommen. Achso. Ja. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, behalten wir das Ganze mal im Auge. OpenHV, OpenHV. Genau. Auch im Artikel zu finden auf Olase. Jawohl. Einfach unter OpenHV oder auch unter dem alternativen Namen... Harvacium. Heavy... Harvacium. Genau, darunter ist es auch zu finden. Wackium. Genau. So wie das Spiel ursprünglich mal vor 27 Jahren heißen sollte. Wahnsinn. Krass. Ja. Aber... Gut. Ich bedanke mich für die Runde. Elkommel, ebenso. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und dann...